Musik Dass der Herr uns jede Gnade überreichlich gibt, heisst, dass er uns zu allem überreich ausstattet. Was immer die Aufgabe, was immer die Herausforderung, was immer die Situation sein mag, du sollst ihr gewappnet sein. Du sollst genug Gnade haben für alles, was da deines Weges kommt. Jesus sagt zu seinen Jüngern, das ist diese Geschichte, wo er 70 Jünger ausgesandt hat und dann kamen die wieder und dann waren die begeistert. Sogar die Dämonen waren uns untertan. Wow! Und dann ein Teil dessen, was Jesus zu ihnen sagt, ist, seht ihr, seht ihr es, habt ihr es erlebt? Ich habe euch Vollmacht, Autorität, dasselbe, was ich habe, um zu heilen, um Dämonen auszutreiben, um zu lehren, um zu predigen. Dasselbe, was ich habe, habe ich euch jetzt gegeben. Wenn du deinen zukünftigen Dienst auf eine solide Grundlage stellen möchtest, dann fang doch gleich jetzt an, dir die entsprechenden theologischen Fundamente zuzulegen. Es gibt keinen Beruf in der Welt, der ohne entsprechende Ausbildung auskommt. Darum melde dich jetzt an für deinen Bachelor of Theology oder Bachelor of Ministry und werde ein Weltveränderer. Ich bin hier an der Bibelschule, weil ich hier satt werde und gefüllt werde mit Gottes Wort. Ich bin hier an der Bibelschule, weil ich hier die Tiefe des Wortes kennenlerne. Ich bin an der Bibelschule, weil hier das Vollevangelium unverfälscht gelehrt wird. Ich bin so begeistert von der Famous Word Bibelschule, weil man hier einfach das Praktische lernen kann. Man wird nicht nur theoretisch im Wort gelehrt, sondern man bekommt auch die Möglichkeit gepusht zu werden und zu lernen, was es bedeutet, ein Arbeiter im Reich Gottes zu sein. Ich habe gemerkt, dass der Herr gesagt hat, so wie zum Volk Israel, für uns hat sich die Wolkensäule gehoben. Für uns hat die Feuersäule sich in Bewegung gesetzt. Also hieß es für uns, jetzt kommt die nächste Stufe. Und das ist, was jetzt mit dieser Schule passiert, dass einfach die nächste Stufe kommt.